Vor 87 Jahren wurde Joachim Fuchsberger in Stuttgart geboren. Anfang der 50er Jahre spielte er in den Edgar-Wallace-Verfilmungen und ging damit in die Filmgeschichte ein. Besonders überzeugend war er als jugendlicher Liebhaber, wie etwa hier in Kleiner Mann ganz groß. Große Erfolge feierte Joachim Fuchsberger alias Blackie auch als Show- und Talkmaster. Vor allem mit seiner Sendung heute Abend. Ich habe ein wundervolles Leben gehabt, für das ich unendlich dankbar sein muss, weil ich ein paar Mal die Grenzen bereits überschritten hatte und wieder zurückgekommen bin und gesagt habe, ist doch eigentlich wunderschön auf unserer Welt. Joachim Fuchsberger wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, vor 3 Jahren mit dem Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk. Der ganz persönliche Herzenswunsch heißt, auf Wiedersehen. Alt werden ist nichts für Feiglinge. So lautet der Titel von Fuchsbergers Autobiografie. Und darum geht es auch in seinem letzten Film. Ja, jetzt geben Sie uns pürierte Schnitzel, damit wir nicht daran ersticken. Naja, das ist aber auch die vierthäufigste Todesursache bei alten Leuten. Ja, jetzt fängst du auch mal an mit dem Schmarr. Der Schauspieler und Showmaster Joachim Fuchsberger ist tot. Dies gab seine Witwe heute bekannt. Fuchsberger starb im Alter von 87 Jahren zu Hause in Grünwald bei München. Der Fernsehstar, den seine Fans liebevoll Blackie nannten, hatte seine Karriere in den 50er Jahren beim Film begonnen. Später moderierte er im Ersten beliebte Unterhaltungssendungen wie auf Los geht's los und heute Abend.